Ähm, ich war, ich musste irgendwie ein bio-mündliches Abi machen und ich hab das auch noch gebraucht, also ich hab die Punkte da auch noch gebraucht und ich war sehr schlecht darin und die Lehrerin mochte mich nicht, aber ich hatte ne Schulband und die Tochter meiner Bio-Lehrerin, die mich gehasst hat. Du hast mit der geschlafen? Nein. Okay. Aber mein Bassist. Nein. Ist das die Story jetzt? Digga, nachts. Oh mein Gott, nein. Nachts vorm mündlichen Abi, ich glaub's verjährt, Alter, ist mir auch scheißegal, ihr könnt mir das Abi abbekämpfen. Tickt euch einfach. Ähm, nachts, also nicht nachts, sondern so um 21 Uhr, werd ich angerufen und krieg so ne, hör so ne leise Stimme, hallo, ich bin bla bla bla, ich bin hier im Büro von meiner Mom und ich hab hier die Fragen für morgen. Nein. Und ich so, okay. Nein. Sag mal. Bro, das ist krass. Und er hatte dann einfach, Digga, die Fragen für mein mündliches Abi eine Nacht vor dem mündlichen Abi. Alter, holy shit. Und für den BWL Bachelor und den Master, wer hat damit geschlafen? Da war leider nix. Da, da gab's leider keinerlei Unterstützung. Alter, das ist crazy. Holy shit.